ja liebe leute heute durch eine sendung im sat 1 bin ich aufmerksam gemacht wurden auf die steigenden gas und strompreise von inflation brach mir nicht reden offiziell bei etwas über fünf prozent wenn man sich allein die steigerung beim strompreis beim gaspreis und bei den 10 und dieselpreise anschaut dann frage ich mich immer wie das überhaupt errechnet wird also glauben kann ich das nicht warum mache ich dieses video ja es sieht wirklich so aus als ob die gas und strompreis explodieren würden das hat viele gründe zum einen die energiewende die unsere neue regierung anstrebt da gibt es enorme defizite es muss teuer strom nachgekauft werden mittlerweile kündigen manche anbieter sogar ihre kunden den tarif oder überhaupt die versorgung und sie fallen dann zurück zum grundversorger das trifft sowohl gas als auch strom und beim grundversorger zahlt ihr natürlich mehr so sieht es aktuell aus ich habe da einige screenshots gemacht die darauf hindeuten dass das jetzt für uns alle teurer wird das kann man natürlich wechseln den anbieter aber wer sagt einem dass der da nicht auch wieder die tarife kündigt und jeder wieder zurück fahrt auf den stromversorger der euch versorgen muss der aber dann auch im preis anziehen wird das ist definitiv der preisanstieg ist extrem ja ich habe jetzt nicht so viele daten dazu gefunden aber es geht wirklich um extreme anstiege also eine verdoppelung wenn ich sogar eine verdreifachung der preise ist zu erwarten und das wird vielen die das genick brechen die sich nicht schon mal darauf einstellen mehr zahlen zu müssen also sprich entweder geld zurückkriegen oder eben anfangen anderweitig an den energiekosten zu sparen sparen ja wie kann man sparen also es gibt ja viele leute die haben immer molige 25 26 grad in allen zimmern stellt eure heizung mal zurück wenn ihr beim gasversorger seid und wir haben auch so eine zentrale heizung mit gas da hilft nur eins runter mit den temperaturen in zimmern in denen man nicht so oft ist im schlafzimmer braucht man es eh nicht warm da haben wir auch immer die heizung fast aus machen sie nur mal an wenn man sie punktuell brauchen aber auch in den anderen zimmern wie hier im arbeitszimmer man kann sich ja dann auch mit pulli reinsetzen und dann die temperatur auf 18 grad senken in vielen zimmern ist man ja und habe nicht allzu oft senkt die temperatur im thermostat ein wenig ab das wird nicht alles sparen wir können auch das gas nicht komplett ausschalten wir können hier auch holz heizen das werde ich auch machen oder komme ich darauf warum können wir das nicht weil unsere warmwasserversorgung nur mal nur über diese gasheizung funktioniert da hilft mir holz nichts ja wir haben schon kalt duschen kalt baden ja da lässt sich wenig sparen wir haben zwar einen sonnen kollektor der also ein wärme kollektor oben der im sommer auch ja ein bisschen warmwasserversorgung naja eigentlich stellt er sich sicher wir haben weitaus mehr fläche als wir bräuchten für einen momentan drei bis vier personen haushalt aber jetzt im winter da schaut es mau aus es ist ständig bedeckt und sonne haben wir nicht wirklich im winter selbst wenn wir mal sonne haben dann bringt es nicht so viel dass es wirklich was bringt wir haben durch heizung sogar so konfiguriert dass wir zu heizen könnten aber womit wenn kein wasser unterkommt das warm ist und dass man in die heizung mit einspeisen kann ja hat man noch die möglichkeit mit holz oder kohle zu heizen dann sollte man jetzt schnell reagieren und sich briketts kaufen holz momentan könnte nicht mehr einlagern das wird schwierig wir haben draußen großen holzstapeln er ist jetzt geschrumpft im letzten jahr ich habe keines nachgekauft weil ich mir eigentlich zu wenig darüber nachgedacht habe ganz ehrlich ist mein fehler aber wir können auch briketts verwenden braunkohlebriketts ich weiß es ist nicht auch das umweltfreundlichste aber bevor ich friere stelle ich um wir haben einen kaminofen mit dem wir auch den flur mit beheizen können da gibt es einen extra abzugschacht dafür das heißt ich kann alle zimmer die türen offen lasse in einer überschlagenen temperatur halten die zimmer die warm halten wollt und ihr habt keine haustiere wie wir dann macht die türen zu damit die wärme da irgendwo drin bleibt und nicht ins ganze haus zieht wir werden es auch machen wir werden halt die zumachen so weit dass die katzen noch durchlaufen können und zu ihrem fress und futternöpfen kommen zum trinken kommen auf die katzentoilette aber halt nur noch so breit dass die katze auch gut durchkommt was hilft ist nachts die rollos runter zu lassen das ist noch mal eine isolationsschicht die euch hilft dass die wärme nicht so verloren geht strom strompreis wird natürlich auch anziehen das liegt allein daran dass unsere lieben grünen politiker sich mit der energiewende etwas verplant haben zum einen kommt ja die co2 steuer auf alles drauf was es natürlich sehr viel teurer macht zum anderen man hat viele kraftwerke stillgelegt habe ja schon mal in einem blackout video erwähnt und hat dann auf solarenergie und windenergie gesetzt aber da frage ich mich dann auch woher soll der solarstrom kommen wenn im winter der himmel bedeckt ist oder die windenergie wenn im winter meist windstille herrscht die paar tage an denen es wirklich windig ist im winter ich glaube die kann man an zwei händen abzählen also es bringt nicht allzu viel wir legen kernkraftwerke und kohlekraftwerke lahm 30 12 geht ja ein kernkraftwerk vom netz und dann kaufen wir teuer strom zu aus dem ausland und ich meine wirklich teuer und das glaubt ihr doch nicht dass sie darauf sitzen bleiben das legen sie auf euch um also auch da überlegt euch ob euch so billige timer kauft ich habe mir so ein paar gekauft wir haben so ein tagesprogramm und die sachen bestimmt bei nachts auch energie verbrauchen dann einfach per timer von keine ahnung 23 uhr bis 8 uhr am nächsten tag oder neun uhr am nächsten tag wenn ihr halt wieder mal fernseh schauen wollt oder die sachen nutzen wollt dann wirklich vom netz zu nehmen diese timer verbrauchen fünf bis zehn watt die verbrauchen also weit weniger als eure geräte im standby denn auch geräte im standby verbrauchen energie da solltet ihr auch überlegen ob ihr nicht wirklich ein bisschen spaß haben mit eurem licht umgeht ich habe da auch so kandidaten im haus die immer wieder vergessen das licht abzudrehen das erhöht natürlich die kosten auch wenn ihr auf leds umgestellt habt auch wenn ihr energiesparlampen habt es summiert sich übers jahr gesehen doch was natürlich sehr viel strom braucht sind pcs laptops weniger die form so um die 90 bis 150 maximal 200 watt aber wer also big tower hat der ist dann schnell mal bei einer leistung von 400 500 watt und wenn ihr den ganzen tag laufen dann könnt ihr euch rechnen was das für euch bedeutet also auch wenn es mir schwer gefällt ich werde meinen pc da ist eine bücher datenbank drauf da habe ich auch einigen leuten zugriff gewährt jetzt über nacht auch oder ausschalten weil das wieder 90 watt spart und das mal 365 tage das ausrechnen das sind etliche kilowattstunden und ich werde auch meine youngster hier in einem längeren gespräch dazu bringen ihren pc konsum etwas zu reduzieren vielleicht gut wir haben hier eine sehr talentierte künstlerin im haus die zeichnet sehr viel am pc aber vielleicht kann man sie dazu bringen dann doch auf papier zu zeichnen das danach einzuscannen und dann am pc weiter zu bearbeiten und nicht gleich am pc anzufangen schaut auf jeden fall dass ihr eure verbrauchte leistung reduziert sonst werdet ihr im nächsten jahr mai kommt meistens die abrechnung fürs vorjahr werdet ihr mit einer höheren rechnung belohnt ich zeige noch ein paar folien und ein paar screenshots aber das ist eigentlich eher nebensächlich ihr könnt selbst mal nachgoogeln oder eine andere suchmaschine eurer wahl nutzen um festzustellen wohin die reise geht und ich kann euch sagen die reise geht nach oben mehr kosten bei nahezu gleichem verdienst die lohnerhöhungen die die gewerkschaften aushandeln wir sind ja eher marginal liegen so zwischen eins und zwei prozent nicht mal das fängt die inflationsrate ab und wenn ihr noch 10 15 prozent energiekosten auf euch zukommen mit ihnen nicht gerechnet habt dann wird es bei manchem eng im portmonee und 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017